Lalalala 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 Hey ho Leute! Hier sind wir mal wieder mit der weiteren Aufnahme von Survival Games mit der Marie. Hallo! So und los geht's! Nein! Ich bin irgendwo hochgelaufen jetzt! Oh ich... Ich lauf jetzt weg! Schnell weg hier! Los! Noo! Geh weg! Wie bist du? Ich hab nen Bogen! Ah ich sterbe! Ich sterbe! Oh nein! Warum? Ich war zu langsam So ein Arsch! Entschuldigung Darf ich ja nicht sagen, ne? Doch, ganz ehrlich Oh nein! Er ist ja auch ein Arsch! Warum tötet er dich? Sag ich ja Ah... Ärgerlich Guck mal die Daumen, dass ich nicht sterbe Du kannst mich jetzt spectaten Wenn du auf den Kompass drückst kommen ganz viele Köpfe Und irgendwo ist er meiner Oder mein Name oder so Okay Ich hab immer noch kein Schwert! Ich hab immer noch kein Schwert! Da ist er ja Oh Mann! Warum stirbst du denn auch? Was soll das? Sorry! Jaaa... Eigentlich schon Eigentlich hatte ich keine Lust mehr Oh Mann! Ich fliege! Kannst du mal gucken, ob hier irgendwo in der Nähe von mir eben die Geigner sind? Ich... gucke! Gucke! Uh! Moment! Wird nicht, dass mich da jemand überrascht? Hier brennt halt einfach alles! Ja, warum... Warum zündest du denn noch alles an? Hör auf damit! Sorry! Ach, du bist schon mit Absicht! Jaaa... Ich geb's ja zu! Du Feuerteufel! Ich hab das Gefühl, als ob ich irgendwie in meine Verderben renne! Aber ich komm da nicht rein! Was denn los? Die Map ist irgendwie auch doof! Oh Mann! Ich bin Zeug! Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich im Kreis lag! Ähm ja... Da geh ich nicht lang! Da ist ne Kiste! Wo? Draußen! Hey, ich bin schon auf der Brücke! Ich auch schon! Ich seh dich nicht! Oh, ich hab ein Holzschwert! Ich such dich mal! Okay! Oh, es sind gar nicht mehr so viele da! Ah, da bist du! Und ich hab nur ein Holzschwert! Da vorne ist jemand! Soll ich mal auf ihn zulaufen? Ist da noch jemand, der da neben dir liegt? Ne, nur der! Find ich jetzt nicht nett, dass er wegläuft! Ja! Ja! Mhm! Wieso sterbst du? Schäm dich! Ja! Sorry! Ich schäm mich ja schon! Na gut! Jetzt hast du dich genug geschämt! Äh, wo ist er jetzt hin? Weißt du was? Ähm, rechts rum! Rechts rum! Also wenn du vorläufst, wo bist du? Ich bin jetzt sonst halt! Bist du! Ich will mich von hinten ansteigen! Biss! Ja! Wieso sind hier so wenig Sachen? Wo ist er jetzt hin? Ich weiß es nicht! Das ist gut! Das ist gut! Äh, also ich nicht! Aber du weißt, wo ich bin! Ja, hab ich gerade wieder zu dir gedingst! 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 Das ist super! Ja! Ähm, ja! Äh, okay! Sehr informativ hier! Wie viele leben denn noch? Acht Stück! Meine Güte! Aber du nicht mehr! Schäm dich! Ja! Ich schäm mich doch! Wie kann man nur sterben! Aber anfangen! Man läuft ja auch weg! Und läuft nicht in die Mitte! Naja! Die, die... Wie hieß die nochmal? Abby? Nein! Katniss! Katniss! Sie ist doch auch kurz in die Mitte gelaufen, um sich den Rucksack zu holen! Nee, die hat einen Schritt oder so vorgemacht! Na gut, die wollte den Rucksack holen! Und dann... Nee, die hat ihn schon geholt, aber der lag ja außerhalb! Ja, aber der... Er ist doch trotzdem so ein bisschen in die Mitte! Mh... Nein! Außerdem lagen da nichts zu tun! Da... Da haben die irgendwie mit den Sponsoren... Kamen sie doch... Ja, das stimmt! Gut, dass wir hier keine Sponsoren brauchen! Dann würde ich hier nie was bekommen! Tja! Ähm, da oben ist jemand! Soll ich den Kampf wagen mit dem? Oder... Hä, wo ist der? Zwei Stück sind da! Oh! Die sind in der Hocke! Ich kann fliegen und sie sind da! Das ist doch echt unglaublich! Ah, da! Warte! Äh, ich hab' angst... Sind die gut bewaffnet? Ich... Wow, der hat einen Bogen! Der Bogen? Ja! Und der hat... Und der hat... Eisen... Oder Steinrüstung... Ich weiß nicht... Steinrüstung... Äh, Eisenrüstung! Aua! Hilfe! 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 Ja, sag' ich doch! Aua! Nein! Nein! Torkt er mir? Ja! Richtig heftig! Immer noch! Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Nein, ich bin... Ich häng' fest! Oh nein! Hilfe! 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 Geh weg! Geh weg! Oh nein! Du Mungo! Nein! Ich will nicht sterben! Ich bin noch so jung! Ja! Du hast es geschafft! Hui! Nice! Oh, was denn Krippeln läuft heute? So! Ja, das ist echt... richtig anstrengend! Mhm! Mhm! Jetzt hast du auch so eine tolle Steinrüstung! Mhm! Das ist ja keine Steinrüstung, muss ich sagen! Ja, ist schon klar! Mhm! Gut! Mhm! So, falls jemand da irgendwie kommt und betöten will! So, ich glaub' ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet! Das sind die Keks! Ja? Hast du gesehen? Ja! Good Stalker! Oh ja! Meine Lieblingsbeschäftigung! Wow! Oh mein Gott! Irgendwo irgendwelche Leute... Oh! Geht da gleich los? Ja! Kann ich hier runterspringen? Äh... Warte, ich versuch's! Du fällst sehr weit! Äh... Ich fall' immer noch! Ich will nicht runterspringen! Oh man! Ich will schon mal mich hier beruhigen! Ich fall' immer noch! Also siehst du noch irgendwo irgendwelche Leute? Ich bin jetzt da runtergefallen! Ich glaub' ich komm' da nie wieder hoch! Aber gleich geht's eh los! Sieben... Sieben... Sechs... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Oh mein Gott! Nein! Er ist gestorben? Ist er gestorben? Er ist gestorben! Wer ist gestorben? Der Typ! Ich bin runtergeschwungen und hab' mir schnell geschlagen! Geil! Oh man, ey! Okay... Gewinne! Für mich! Für dich? Ja! Warum brennst er? Warum brennt der? Nein, warum brenn ich? Warum brennst du? Huuuuh! Nein! Nein! Oh man! Ärgerlich! Blöd! Ja! Ich brenne, obwohl ich tot bin! Oh man! Das war ja ärgerlich! Der kann auch nicht mehr viel gehabt haben! Mhm! Der hat ordentlich kassiert! Schrabbig! Mhm! Aber jetzt verliert er andere Typ auch noch! Wie viele Pfeile hat er? Viele! Du kannst vor dem fliegen und die Pfeile ausfangen! Echt jetzt? Ja! Hahaha! Ich ärger dich! Oh! Jetzt brenne ich! Oh, ich habe ihn gerade mitgeschlagen! Außer mir guckst du nicht! Er hätte noch zwei Herzen, ne? Ein Schlag und dann wäre er tot gewesen! Oh nein! Ich bin ärgerlich für den Typ! Na gut! Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen, Leute! Haut rein und das Antwort hat nur wieder die Mari! Okay, nice war's! Obwohl ich gleich gestorben bin! Aber egal! Also, ciao!